Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ja, einmal abernten, mitten in der Nacht, ist immer sinnvoll. Aber wir können es ja verteidigen, also wir sind ja jetzt nicht hier irgendwie schlecht bewaffnet oder so. Na komm, Kattöpfelchen. Ist warm, du bist an der frischen Luft, Mann. Stell dir nicht an. So, nehmen wir das alles schön mit hier. Ich glaube, haben wir vom roten Tee erstmal genug auf jeden Fall. Machen wir eine Seite hupfen, andere Seite Kartoffeln. Ei, Kartoffeln, ja, braucht man immer. So, Recipes, Potato Seed. 80, 3 Minuten 20, ja, gute Nacht. So, können wir erstmal schönen Tee machen. Dann, 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 dann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Dünger hinten, wo wir den zuerst gemacht haben, ob der schon ein bisschen was weg ist oder ob der immer noch voll da ist. Ich hole den Dünger hier noch drin. Nope, oh, Goldenrod Seeds noch ein paar, okay. Die werden wir gleich brauchen. Potato Seeds werden wir gleich brauchen. Dünger macht er automatisch. Kettensäge tauschen wir mal gegen. Ho, ho, ho. Die hatte ich schon eine. Jetzt lasse ich die andere auch hier, dann weiß ich, okay, es sind alle drüben. Das wusste ich nämlich vorhin nicht mehr, bevor ich losgefahren bin. So, Dalle. Dann wollen wir nochmal gucken. Also hier hatten wir Dünger hingeschmissen. Und das sieht so aus, als macht er keine Anstalten, die irgendwie was düngen zu wollen. Was? Forged Iron? Für was ist das denn? Okay, hier. Ah, ja. Hat er jetzt jedes Feld hier? Das ist komisch aus. Okay, wie viel habe ich jetzt noch? 18. Okay, dann müsste ich gleich noch 10 übrig haben. Der wird ja wohl nicht doppelt setzen, oder? Nee. 12 übrig. 11. Ah, ja, okay. Ja, man sieht schlecht. Also das könnten sie vielleicht nochmal ein bisschen schöner machen, dass du es genau sehen kannst. Müssen wir noch zwei haben? Drei. Da war er, okay. Eins, zwei. Wunderbar. So, machen wir erstmal auf einer Seite Hopfen. Bis dahin sind die Kartoffeln fertig. Die mache ich nochmal hier rein. Uhu. Uhu. Mais haben wir noch 245. Das reicht bis... Ja, weiß ich nicht. Also, so viel Fleisch kriegt man gar nicht zusammen. Kartoffeln haben wir dann ungefähr das gleiche Level. Das ist ganz gut. Gut. So. Ach ja, der schöne Hopfen. Was haben wir da hinterher gehangen, ey? Wir wollten ihn haben. Jetzt haben wir so viel. Wir machen kein Bier draus. Ja, doch, muss ich eigentlich mal machen. Ich muss unbedingt Wasser holen. Kann ich aus dem Pool machen hier. Ja, dann wäre die Frage, kann man sich unten auch in eine kleine Wasserstelle einrichten, die nicht versiegt? Das ging ja früher. So eine Art Badewanne machen und dann können wir mal testen. Wir nehmen einfach mal einen Eimer Wasser mit oder zwei. Schmeißen das unten raus. Und dann geht's ans Rüstung machen. Ich muss unbedingt Leder holen. Ich muss mal die Häuser durchforsten nach Ledersofas. Und dann mal alles rausziehen. So, und jetzt sind auch die Kartoffeln fast da. Und Dünger sei Dank, werden wir hier eine fette, fette Ernte machen. 36 Grad. Nachts. Ist nicht schlecht. So, dann mache ich mal 500 Gläser oder so, wenn wir so viel Sand. Holen wir einmal einen dicken Schwung Wasser. Dann sollte das eigentlich auch schon reichen. Bis zum Ende der Staffel. Dann machen wir uns ganz viele verschiedene Biere, Teesorten, Biere, Kaffee, alles. Einfach nur damit wir es haben. Ah, die sind leckst gerade, die sind aber schon verdächtig, muss ich sagen. Das heißt meistens nichts Gutes. Meistens kommt nur so ein Hörtchen. Wer weiß wo. Vielleicht hinten an der Killbude und wir sehen es gerade gar nicht. Fettig. Sehr schön. So, Gartenarbeit ist erledigt. Du kommst da rein. 160 Chrysanthemum, 112 Kartoffeln übrig. So, das geht. Und tschüss, alte Bude. Ich habe immer was Wichtiges drin. Ne, ne, nur. Wohl, vier Schwarzpulver. Kann man mal mitnehmen. Das sind Nummer zwei. Und ein bisschen LED und so ein blödes T-Shirt. Brauchen wir nicht. So eine Baskenmütze ist auch gut. Ne, ist alles nur, alles nur Schrott hier. Das brauchen wir alles nicht. Papier nehmen wir mit. Die Dose, die können wir mal eben klein machen. Das kann ich auch scrappen. Und abwärts. Hä? Oh. Ich hätte wahrscheinlich auch durch den Gang fahren können mit dem Moped. Aber ne, dann ist mir dann zu eng. So ein Blödsinn machen wir nicht. So, abbiegen. Boah, wäre das geil, wenn jetzt so eine Hundehorde durchkommen würde. Dann würdest du mich aber flitzen sehen. Dann würde ich den Rechner sofort ausmachen. Öh, ne, nicht mit mir. Danke und tschüss. So, Stu und Benzin. Alles gut. So, Hello Bude. Ja, vom Licht her. Können wir so ein paar Deckenlampen oben dran machen. Können wir schauen, ob wir die herstellen können. So, Papier, Led. Moni. Papier, Led, Gunpowder. Sieben. Ja, besser als nix. So, und Kartoffeln und ganz viele Chrysanthemen. Ähm, ich mach hier draus, warte mal, ich mach mal vorsichtshalber, bevor ich Gefahr laufe, alle wegzumachen. Mach ich mal wieder ein Feld für Samen. Ja, 80 Stück. Kartoffeln haben wir schon drin oben, das brauchen wir nicht mehr. Mais mach ich genau das gleiche. Dann haben wir schon, dann brauch ich noch 78 Mais-Samen. Dann haben wir da auf jeden Fall immer die richtige Menge an Saatgut zur Verfügung. Aloe Vera können wir auch mal anpflanzen, ne? Golden Rot habe ich drüben noch ganz viele Samen. Die können da liegen bleiben. So, sehr schön. Das sieht doch alles gut aus. Moni, ich habe aber kein einziges Stückchen Potassium mehr, ne? Ne, gar nix. Gar nix. Das heißt, hier mit weiterem Dünger wird's schwierig. Gut, dann müssen wir nochmal Potassium holen gehen. Alles klar, so, die Frames schmeiß ich erstmal hier rein. Die da rein, du da rein. Das kommt auch mit da rein. Werkzeuge nach unten. So, Chainsaw und Orga brauche ich aktuell ja nicht. Krieg ich mal eben reparieren. Ach, ich mache noch Samen, ne? Okay. Okay, die sind fertig. Wunderbar. 81, nein. Gut. Lichter. Lichter, Lichter, Lichter. Was ist denn mit diesen normalen Deckenlampen? Das hier, das war doch auch gar nicht mal so verkehrt. Electrical Part 7. Und Forged Iron. Okay, für die Teile brauche ich wesentlich mehr. Und für die, ja, electrical parts, das sind die wichtigen. Aber wenn ich hier mal fünf Stück machen möchte, oder sagen wir vier, ne, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Könnte reichen, ne? Ich glaube, das könnte reichen. Das muss man hier so ein bisschen heller noch machen. Light. 14, ne, acht Stück reichen, Hasi. Achte davon und da nochmal den Rest. Electronic Components. Äh, wo sind die? Da. Äh, Light. Und zwar dann für unsere Gänge weiter. Oh, es mangelt im Forged Iron. Sieht's bei dir aus. Du machst mal Forged Iron. Brauchen wir immer wieder. Vor allem für die Rüstung werden wir es brauchen. Dann machst du kein Forged Steel hier, Hasi. Du machst wunderbar. Nummer 44 hinterher. Sammeln wir mal eben alles ein. So, so, so. So, so, so. Und so, so, so. Okay, hier, ja, Steine brauchen wir überhaupt jetzt noch? Also ich überlege gerade die Steinproduktion, oder die Zementproduktion eher. Wir haben so viel Concrete-Mix. Und zu wenig Zement. Das geht nicht, mein Leben. Wir brauchen mehr Zement auf jeden Fall. So, 27, 26, 26 und da auch nochmal. Gut. Zement, 14 Minuten, bis die Steine durch sind. Ach komm, wir haben's doch. Wir lassen einfach laufen hier. Wir lassen's einfach laufen. Ähm, muss ich so ein paar Minuten nochmal gucken, dass da auch alles ordentlich weggebrannt worden ist. So, auch bei dir. Oh, der hat noch ein bisschen Clay, super. Machen wir nochmal eine Rutsche Zement hier. Und dann haben wir echt viel. Craft. Und auch hier nochmal Zement, 1800. Craft. So, crafte ich jetzt auch überall. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt wat, da kommt wat, da kommt wat. Hier kommt wat. Und da kommt nix. Verpennt. Drauf zu drücken. Okay, pass wat. Dann machen wir hier nochmal. Alles voller kleine Steine, wo noch gebraucht wird. So, damit sich die Brenndauer auch lohnt. Komm her. Und da auch nochmal eine Runde. Steine für alle. Und Rest da drauf. Das muss ja irgendwann mal mit... Muss das ja mal weniger werden mit dem Zeug hier. Okay, Clay. Wunderbar. Zack, zack. Und hier auch nochmal. Vollmachen. Wunderbar. So, das hätten wir. Maissamen sind fertig. Wups. Kleine Steine, aber ein paar weniger, aber... Das ist immer noch der Wahnsinn. Immer noch 100.000 oder so. Absoluter Wahnsinn, echt. So. Steel haben wir ordentlich. Super, können wir drüben alles upgraden. Vor der 28er Horde auf jeden Fall. Oh, ist er schon bald soweit. Wuhu. So, Lichter sind fertig. Wie breit ist denn das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Genau, Mitte gibt's nicht. Ah, machen wir so. Ist nicht ganz gleichmäßig, aber... Wird schon... Boah, ist das hell. Obwohl, es geht, ne? Ne, es geht. Ist okay. Da schießt, okay. So, hier können wir schön eine in die Mitte machen. So, dann war das da drüben. Vierte von der Wand weg und einer von hinten. Eins, zwei, drei, vier. Und da. Und da haben wir dazwischen wie viel Abstand? Zwei Abstand, also am dritten. Zonk. Da kommen wir. Komm, hier. Und der war... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dort. Hallo. So, und den hau ich einfach hier hin. Tja, guck mal, ist doch schön beleuchtet ohne... Ohne Iron, äh... Ohne Mininghelm. Ironhelm. Iron Helmet. So, ein paar schöne Fotos machen hier. Und ich möchte mehr von diesen Pipes haben. Machen wir uns noch ein bisschen Leder. Sieht doch gar nicht immer so verkehrt aus, oder? Ah, ah, kaka, pupu. Kannst du nur noch ein paar Dingenskloppen geben. Ein paar Ressourcensteine, da kriegen wir auch noch ein bisschen Potestium raus. Aber hier rennt erstmal. Ich würde jetzt gerne mal die Heatmap sehen, weißt du das? Forged Iron. Genau, da können wir jetzt noch ein paar weitere Lichter machen. Drei Stück. Besser als nix. So. Der ganze Rest wieder in die gemischte Kiste. Weil wir nachher mal so viel von all dem ganzen Zeug haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Da machen wir nochmal Extrakisten für... Für Geld zum Beispiel. Oder für andere Sachen. Schatzsuche. Genau, ich sollte mir mal meine... Einfach mal vorsichtshalber, falls ich daran vorbeikomme, die Schaufel mitnehmen. Ich werde mal eben reparieren. So. Das ist alles noch gut. In Schuss. Ja, super. Spike Club. Machen wir nochmal sechs Spiked Clubs, bitte. Warum nicht? Holz. So ganz ohne Holz ist natürlich Schitte. So, bitte. Spike Club. Ne, sechs hätte ich gerne nur. Das reicht. Das ist einmal eben alles raus. Sechs Minuten. Perfekt. So, du machst nochmal weiter, Forged Iron. Da brauchen wir wieder ein bisschen was. Hier sind schon wieder alle. Und so wächst es langsam immer noch viel Eisen. Da wird fleißig Stahl gemacht, damit wir oben upgraden können. Super. Und dann überlege ich echt vielleicht nochmal so ein paar Reinforcinger zu holen, falls ich... Also nur für die Cops, weil die Cops explodieren ja immer und dann wäre das schon ganz gut, wenn wir da irgendwas gegen hätten. Und ich möchte die farbig machen gerne. Mann, und hier ist noch zu dunkel. Irgendwie ist hier noch zu dunkel. Obwohl, jetzt geht's ja, ne? Mit dem Außenlicht ist das schon ganz okay. Da können wir noch einen dritten Zementmixer irgendwann mal machen. Ja, ich bin zufrieden. Gucken wir mal. So, jetzt machen wir nochmal kurze Action mit... Das Holz. Ah, die Holzkiste hier ist auch total dämlich eigentlich. Gehen wir mal in den dunklen Tunnel. Der ist schon irgendwie spooky. Und es ist morgen. So, um sechs geht's nochmal zum Händler. Jetzt... Boah, ich hoffe, der Arsch hat jetzt was. Was Neues. Ich muss dann erst nochmal ein paar Lichter anbringen hier. Ne, na, 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 na. Jetzt hatte ich immer einen neuen Abstand, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ich habe da hinten so angefangen. Genau. So, also hier kommt ein Lichtlern hin. Hallo. Switch you, Baby. Warte mal mit Mining Helm, da geht es noch ein bisschen besser. Hast du das? Nein! Nein! Okay, dann musst du da hin, dann muss der, der muss hier hin. Muss ich den immer auseinandernehmen eben. Scheiße. Aber wir kriegen die Parts ja wieder. Ich weiß nicht, ob wir die komplett wieder kriegen, aber wir kriegen einiges wieder. So, jetzt rechts, also hier hin. Hallo. Mach ihn richtig. Danke. So, und der kommt wieder hier hin. Merci. So, und der wieder da. Hallo. Leuchten ja auch alle schön. Ja, wunderbar. Äh, da, wieder hier. Und du wieder da. Und der wieder hier. Okay. Und dich einfach mal da hin. Und nochmal ein zum Schräg leuchten. Und nochmal ein, bitte. da hin. Ja, gut. Kann man irgendwie erkennen, ne? Ich weiß, wo es hoch geht. So ungefähr. Gut. Haben wir das? Neun Stück noch. Aua. Für den restlichen Gang und für, nach oben hole ich mir erst nochmal neue Komponenten. Tag 28. Es ist wieder Ordenszeit. Und ich sitze schon wieder seit Stunden. Ich will immer noch in gleich eine Aufnahmesession wie, glaube ich, seit Folge 83? 82? Ich weiß es nicht. Ich bin stundenlang schon wieder dran hier. Aber es macht so Spaß. Es macht einfach so viel Spaß, dieses Spiel. So, dann sechs düsen wir zum Händler. Nochmal. Oder ich mach's nach der Aufnahme. Ja, 20 Minuten haben wir jetzt. Jetzt fahr ich hin. Und wenn er was Interessantes hat, hat, Interessantes hat, schalte ich euch dazu. Wenn er nichts Interessantes hat, dann schalte ich trotzdem dazu. Und dann fahren wir in die Stadt und gucken, dass wir nochmal ein paar Klamotten kriegen. Leder vor allem. Warte mal, ich bräuchte hier etwas Leder. Das war ein normales Leder. Wollen wir mal schauen eben. Was können wir nochmal eben machen? Hallo. Gucken wir mal ganz schnell hier in so ein, zwei Häuser rein, ob wir da so ein paar Lederfetzen rauskriegen. Jetzt kommen wir ja hier raus. Ist auch ganz gut. Es ist das blöd, mit dem Bike immer außenrum zu gurken. Und wenn man mal eben hier schnell was gucken möchte, geht's ja ganz gut. Ups, wir haben das offengelassen. Böse, böse. Trabumpf. So, das Einzige, was wir dazu brauchen, wird die Axt sein. Schwuppi. So, da ist Leder auf jeden Fall drin, das weiß ich. Wir gucken einfach mal hier, ob ein Sofa da ist. Kriegen wir Leder oder Stoff raus? Stoff. Scheiße. Hier, mit Akei-Stoff. Oh, hier. Das brauchen wir. Und ein paar Lampen können wir mitnehmen. Nein. Kann zärtlich sein. Da können wir zwar nochmal was draus machen, aber Stoff ist doof. Untouched. Guck mal, wieder ein bisschen Munition. Ein Ledersofa. Wo können denn Ledersofas noch drin sein? Irgendeine Polizeistation, das weiß ich. Also in der Stadt auf jeden Fall. Ey, Bandage, Mist. Und so ein Zeus hier. Brauchen wir alles nicht hier. Elektronische Components. Die sind wichtig. Und Scrapzeug ist wichtig. Da können wir uns noch mehr Lampen machen. Ich glaube, hier waren auch... Ja, doch, sind auch welche drin. Super. Die brauchen wir ja. Nur zu essen. Ne, der Gläser. Ah, Gläser wollte ich auch noch machen. Oh, mein Gott. Schon wieder verpeilt. So, hier ging es auch nicht nach oben. Hier gab es doch irgendwo nur so eine Leiter. Nach oben, oder nicht? Da, ja. Hallo, toter Mann. Was hast du denn? Nichts von Interesse. So, komm, der Trick noch funktioniert. Und jetzt ist er wieder untouched. Jawohl. Und nur Schrott drin. Oh, hier hat aber gut jemand aufgemacht. Da, da. Hinten im Cracker Book. Da wird Leder drin sein. Da können wir uns noch ein bisschen bessere Rüstung machen für die Stadt. Und, ja. Wie gesagt. Wir sehen uns eventuell gleich beim Händler. Beziehungsweise sehen wir uns beim Händler. wieder in der nächsten Folge und schauen dann mal, ob der was für uns hat. Und wenn nicht, fahren wir aber einfach weiter zur Stadt und nehmen dann ein paar Autos auseinander. Machen ein bisschen Rambazamba. Und looten noch ein bisschen vor der Horde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Oder einen netten Kommentar. Oder sonst irgendwas. Aber nur nette Sachen bitte. Und Kritik ist natürlich auch erwünscht. Beziehungsweise Feedback. Ne. Kritik gibt es ja so in dem Sinne gar nicht. Das Wort ist ja ein Trugschluss. NLP, das Grüßen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.